Hallo und herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Wir leben in spannenden Zeiten. Momentan vergeht fast kein Tag, ohne dass die großen Player auf dem Gebiet der KI ihre bahnbrechenden Neuheiten vorstellen. GPT-4, Midjourney-5, Stable Diffusion Control Net, Runway Gen 1 und Gen 2, Google Bart und so weiter. Nur um Adobe ist es verdächtig ruhig geworden. Natürlich gibt es eine Menge an technologischen Neuheiten von Adobe Sensei, so heißt Adobe's KI, die schon längst in Programmen wie Photoshop, Lightroom oder Premiere Pro verbaut sind und teilweise auch richtig gut funktionieren. Aber im Bereich der generativen KI herrscht bislang Funkstille. Bis gestern. Da wurde für mich völlig überraschend Adobe Firefly als Beta vorgestellt. Reicht das jetzt zum Game Changer? Ich bin kein großer Freund von inflationär gebräuchlichen Clickbait-Begriffen. Wenn die Beta aber hält, was sie verspricht, dann bin ich mir sicher, hat sie diese Vokabel verdient. Adobe hat mir Material zukommen lassen, mit dem ich euch jetzt gleich Firefly vorstellen werde. Wie immer gilt's, meine Meinung ist meine eigene und in keinster Weise von Dritten beeinflusst. Sobald ich die Akkreditierung zur Beta habe, lege ich mit einem ausführlichen Praxistest nach. Zum Beispiel bin ich jetzt schon sehr gespannt auf einen direkten Vergleich mit MidJourney. Jetzt legen wir aber los. Ich zeige euch ein Video mit den Firefly-Features. We'll be right back. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Was ist jetzt das Besondere an Adobe Firefly? Firefly ist Adobes Familie von neuen, kreativen, generativen KI-Modellen. Los geht das Ganze mit Bildern und Texteffekten. Ganz wichtig, das Material kann ohne Probleme verwendet werden für den kommerziellen Einsatz. Dazu wurde das erste KI-Modell ausschließlich mit den hunderten von Millionen von Images auf Adobe Stock trainiert. Man wird also damit für den kommerziellen Einsatz auf der sicheren Seite sein und kann einen möglichen Copyright-Rechtsstreit vermeiden. Firefly soll als erstes in folgende Programme integriert werden. Express, Photoshop, Illustrator und den Adobe Experience Manager. Insgesamt besteht Firefly aus einer Familie von verschiedenen Models. Ganz wichtiges Wort, Creator-focused. Es geht um den User. Es geht um den Künstler. Momentan wird daran gearbeitet, dass jeder Firefly mit seinem eigenen Material trainieren kann. Das bedeutet, jeder kann in Zukunft Content generieren in seinem eigenen Style. Adobe beabsichtigt, generative KI in Zukunft auch monetarisieren zu können, so wie es bereits geschehen ist mit Adobe Stock und Behance. Text-to-Image So sieht das User-Interface aus. Unten gibt es eine Promptzeile, so wie man das von den gängigen Generatoren kennt. Wenn man sich die verfügbaren Bilder so ansieht, muss man sagen, okay, das ist ein guter Schnitt. Sowas ist mit Journey denkbar, sowas ist mit Stable Diffusion denkbar und etlichen anderen Tools. Wenn ich den Prompt eingegeben habe, in dem Fall Side Profile Face und Ocean Double Exposure Portrait, lasse ich es generieren und erhalte vier Bilder. Dann kann ich die Aspect Ratio festlegen. Ich kann festlegen, was für ein Content-Type ist es. In dem Fall steht es auf Foto. Ich kann aber auch Graphic und Art einstellen und habe hier verschiedene Styles direkt im Zugriff. Da bin ich sehr gespannt auf die Umsetzung, wie die tatsächlich dann funktioniert. Hier wurde zum Beispiel der Style Stint Wave angewählt. Oder Palette Knife und Vibrant Color. Hier gibt es einen weiteren Überblick von ein paar Bildern, die mit Firefly generiert worden sind. Wie gesagt, bisher gefallen mir die ganz gut. Ich habe allerdings bisher noch kein einziges Foto gesehen, wo Hände deutlich sichtbar sind. Das würde mich dann doch mal interessieren. Oder Gitarrenseiten, generell Musikinstrumente. Oder was passiert, wenn ein Mensch ein Glas hält. Das sind ja genauso die Details, wo manch andere generative KI sehr spannende Interpretationen von hat. Dann gibt es Texteffekte. Hier oben kann ich den Text eingeben, in dem Fall Firefly. Und hier unten einen Textprompt. Many Fireflies in the night, Bokehlight. Hier habe ich die üblichen Texteinstellmöglichkeiten, die man so kennt. Und hier gibt es Previews von diversen Effekten. Eine kurze Zusammenfassung, warum Firefly besonders ist. Punkt Nummer 1. Ich kann es kommerzialisieren. Punkt Nummer 2. Es wurde mit den besten verfügbaren Assets trainiert. Punkt Nummer 3. Integrated Workflows in der Cloud. Punkt Nummer 4. Es ist auf den User fokussiert. Punkt Nummer 5. Es wird Transparenz geben für digitalen Content. Dazu gibt es sogenannte Content Credentials. Wie genau die aussehen, weiß ich noch nicht. Das war bisher der Bestandteil der Beta, so wie sie gestern vorgestellt worden ist. Im Video sieht man aber einige noch viel, viel spannendere Punkte, wie ich meine. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Das ist für mich das Killer Feature. In-Painting und Out-Painting. Und zwar direkt in Photoshop. Es gibt ja jetzt schon eine Reihe von Lösungen, mit denen ich ein In-Painting, also die Änderung von einem Teil des Bildes vornehmen kann. Oder ein Out-Painting. Das ist die Vergrößerung des Bildes nach außen. Ich verwende bislang immer Deli 2. Aber man stelle sich vor, das funktioniert direkt in Photoshop. Mit Ebenen und allen Pipapo, wie man es gewohnt ist. Und vor allen Dingen kann man das für sein eigenes Artwork anwenden, für seine eigenen Fotos und nicht nur für generierte KI. Super cool. Funktionieren wird es wie bislang bekannt. Ich habe hier ein Rechteck definiert und sage, was da drin zu sehen sein soll. Ein Underwater City. Und bekomme entsprechende Vorschläge. Das gleiche funktioniert auch als In-Painting. Da könnte ich mir beispielsweise den Leuchtturm markieren und durch eine Reihe von anderen Vorschlägen ersetzen. Ich wiederhole es nochmal. Für mich wird es ein Killer-Feature, wenn das richtig gut funktioniert. Dann gibt es diverse Bearbeitungen für unsere Illustratoren. Zum Beispiel kann man Artwork automatisch in Vektoren umwandeln lassen und diese dann auch bearbeiten. Gerade fürs Logodesign eine schicke Sache. KI und Video, das große Thema. Auch hier war schon eine Sequenz zu sehen im Video. Wir hatten die Tonne. Es wurde im Text prompt eingegeben, Change Scene to Winter Day. Dann hat sich die komplette Szenerie verändert. Im Prinzip ist es ja ein Standbild, was verändert worden ist. Und es wurde ein weiteres Layer drüber gelegt, wahrscheinlich mit Partikel-Animationen, die dann geschneit haben. Cooler Ansatz. Bin gespannt, wie es in Realität dann funktioniert. 3D-Modeling. Auch das kann ganz spannend sein, zum Beispiel für Produktdesigner. Hier habe ich die einfache Zuweisung von Materialien wie Leder oder Metall. Kennt man ja wahrscheinlich aus dem einen oder anderen 3D-Programm. Spannend wird es hier. Hier kann man sich bestimmte Style-Variations vorschlagen lassen, also Kombinationen von neuen Stilen. Marketing und Social Media in Adobe Express. Da kann man sich Templates von Moodboards erstellen lassen. Da bin ich auch sehr gespannt auf die praktische Umsetzung. Das war's. Adobe Firefly im Kurzdurchlauf. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie die Features tatsächlich umgesetzt wurden, warte jetzt auf meine Akkreditierung und sobald ich mich mit der Beta vertraut gemacht habe, werde ich einen umfangreichen Praxistest produzieren. Wer teilnehmen möchte an der Beta, klickt auf den eingeblendeten Link und kann sich akkreditieren. Danke fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Like und ein Abo. Wenn du Lust auf mehr bekommen hast, schau gerne mal bei der Wolf Films Academy vorbei. Dort findest du den ultimativen Online-Kurs für Filmemacher. Von mir gibt's dort eine ganze Menge Material und zum Beispiel die brandneuen Kurse AI Filmmaking und Streaming O. Ich verlinke das Ganze in der Beschreibung. Bis bald. Wir sehen uns. Wir sehen uns.